Sie sind also nicht verheiratet? Nein. Waren Sie es mal? Nein. Wollen Sie noch heiraten? Kaum. Sie möchten keine Frau für sich allein? Wozu denn? Sie schenkt Ihnen Kinder, begleitet Sie durchs Leben und trägt Ihren Namen. Verbietet mir zu trinken, Poker zu spielen, zählt meine Moneten und jammert mir die Ohren voll den ganzen Tag. Nein, danke.